Das Sachsen-Sofa zu Gast im Theater in Meißen. Mehr auf Ostdeutschland hören? Ein Land, zwei Perspektiven. Es wird diskutiert mit den Gästen Wolfgang Thierse, Bettina Westfeld und Alexandra Prinzessin zur Lippe. Seien Sie dabei am Montag, den 24. April um 18 Uhr im Theater in Meißen. Jetzt anmelden unter sachsensofa.de